Die Aufgabe der körpereigenen mRNA. Der menschliche Körper besteht aus Billionen von Zellen. Im Zellkern sitzt unsere DNA. Sie enthält den genetischen Code, um die unterschiedlichsten Proteine herzustellen, kurz die Baupläne. Will der Körper ein neues Protein bauen, kopiert er den Originalbauplan im Zellkern und erhält auf diese Weise RNA. Genauer gesagt mRNA, genannt Boten-RNA. Die mRNA transportiert die Information ins Zellplasma zu den Ribosomen. An den Ribosomen wird das neue Protein gebaut, genau nach Bauplan der mRNA. Danach spalten spezielle Enzyme die mRNA und bauen sie nach und nach ab. mRNA wirkt nur außerhalb des Zellkerns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017